Du isst quasi diejenigen, die vegetarisch leben, ja? Oh, das hätte ein Hits sein können. Okay. Oh, ich habe gar keinen zweiten Jump. Ich habe meinen Cooldown nicht abgebadet. Wir müssen kurz warten, bis wir zwei Jumps haben. So, haben wir einen Hit. Okay. Ich dachte nämlich, dass er gleich umdrehen wird, deswegen soll das so passen. Äh, okay. Da sind einfach drei Leute dran gewesen. Ich gehe nicht durch die Palette, keine Sorge. Okay. So lost im Braindigger. So, dann verfolgen wir die mal, oder? Uh. Saftiger Hit. Der hat gesessen. Camper. Wo war das denn campen, Alter? What the hell? Oh. Okay. Um. Oh! So, wir wollen natürlich nicht campen, aber wenn der dabei bleibt... Ah, das ist doch bitter. Der Range von Nurse ist, ähm, nicht so hoch. Okay. So, wir sehen was geschafft. Geilo. War kein Campen, alles gut. Ja, natürlich war das kein Campen. Wo hast du ne Taschenhubber her? Du frecher, frech Dax. Are you stupid? Are you, are you, are you stupid? Do you wanna die? Okay. Die spielen das gerade nicht so smart, wenn ich mal ehrlich bin. Die haben einen Gen. Die haben einen Gen. Also, was der, der Steve gerade gemacht hat... Was machen die? Ich weiß es nicht. Oh, hallo. Okay. Aber ich krieg die Hits gerade gut hin, ne? Ah! 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 Okay. Was ist... Was ist... Was ist los mit euch? Habt ihr alle den Wunsch zu sterben oder was? Ah! Ich bin voll in die Ecke reingespampt. Ich bin voll in die Ecke reingespampt. Ja, Juri. Ah, okay, der Ding ist dabei. Okay. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Okay. So, du Frechdachs. Du wolltest doch gerade... Du wolltest doch gerade was machen, ne? Guck mal, ich nehme dich zuerst. Dann hänge ich dich hier hin. Dann nehme ich danach den Steve und dann hänge ich woanders hin. Ah! 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 Ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufhängen will. Klar, ne? Ich weiß nicht, ob der tot ist. Nee, ne? Der hängt das erste Mal. Also alles easy. Bis dann, äh, Jaxi. Ich wünsche dir einen wundervollen... Ich weiß nicht, was die machen, aber die wollen die ganze Zeit befreien. Oh, schön reingeklettert. Ah! Und sie ist gone. Und er ist auch gone. Und die haben alle keine Lust mehr, das Spiel zu spielen, glaube ich. Entscheinungsschlag von Laurie Strode aus dem Halloween-Chapter, genau. So, mein Freund. Du kommst jetzt hier an den Haken. Oh, der ist auch tot. Die Menschen sind ja alle tot. Oh, da hinten ist wer rumgerannt. Ich hör dich. Hallo. So. Judy, mein Freund. Dann, äh, würde ich mal sagen, äh, packen wir dich auch in den Keller, oder? Oder hast du hier noch einen... Na, du hast hier noch einen Haken für uns offen gelassen. Ja, das war jetzt nicht so die beste Runde von den Survivoren. Ich habe das Gefühl, aber... Oh, oh, das könnten wir dann natürlich auch noch mal... Weg damit! Nochmal extra Punkte. Jut. Quitter-Bonus. Es gibt einen Quitter-Bonus. Ja, gut. Ähm, ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Äh, zweite Runde Nurse heute. Ich wollte eigentlich aufhören, aber das ging ganz gut. Direkt zwei Pips. Aber die waren auch lost, das ist fuck, ne. Das muss man auch dazu sagen. Die haben komplett reingehintet. Ähm, ja. Hier gibt es weitere Videos. Könnt ihr hier draufdrücken. Abonniert gerne den Kanal, lasst einen Kommentar da, welchen Kelle ihr vielleicht noch sehen wollt oder welche Konstellationen an Survivoren ihr sehen wollt. Und dann versuche ich das möglich zu machen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.